hallo und herzlich willkommen zurück hier bei my time at porsche so wir müssen jetzt heute ein bisschen gas geben damit wir jetzt blaues leder zum beispiel besorgen können das ist ja ziemlich aufwendig das zu besorgen und es ist wieder ein neuer brief da das material dann haben wir hier briefe von me hello again ja bürgermeister gail liebt unseren artikel er war sehr überrascht von den fotografien wir werden immer professioneller ich denke now i'm thinking of a piece celebrating the efforts of our research center here's the list of photographs i need merlin and petra 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 oder petra petra nein da wollte ich gar nicht hin ich wollte hier hin so und dann wollte ich hier hin und da wollte ich da drauf drücken und dann wollte ich da oben hin fahren und dann wollte ich blaues leder besorgen sieben stück brauchen mal minimum so hier da ist ein kandidat für unsere erstmal das einmal es gab nur eine blaue fliege gelbe fliege aber hier oben sind noch ein paar kandidaten das wollte ich gar nicht treffen ach es ist ja auto aim hier genau so gelbe fliege nein die brauchen wir alle nicht feld nein ich brauche blaues leder blaues leder oh schon wieder alles voll drei stück haben wir schon sieben brauchen wir wir müssen noch was an unserer ausdauer machen ich möchte hier gerne immer im vollspeed rumlaufen und nicht immer hier so hin und her kriechenderweise da ist noch einer das war der falsche blaues leder 1 äh wie war das jetzt nochmal mit den porzellantellern ach so in dem äußeren laden genau die 5 noch 2 noch 2 ok hallo hör auf auf mich zu schießen die sind aber auch ziemlich selten die dinger oder noch 1 tierpferd fleisch und tierknochen bekommen wir hier und ein brillenglas das ist meine meine bushaltestelle und wir müssen ja müssen heute ganz viele zachen machen so erstmal hier hin jetzt schnell bei der tafelrunde einkaufen gehen aber vorher noch das hundchen füttern hi hundchen na wie geht's rufi ruf beschenken ja guter hund tut mir leid nicht du weg tschüss äh hier porzellanteller 2 stück nein ich habe mich hier an der grafik verfallen hallo albert ich werde oder wir holen jetzt erstmal aufträge oder fürs forschungszentrum ah da ist jetzt eine ganze menge fotogramm zu machen erstmal aufträge gibt mehrere aufträge hier gibt es also 700 okay wir brauchen zwei hüfttaschen das wäre die eine dann haben wir hier den auftrag a auftrag wasserdichte stoffe gibt tausend das hier gibt auch tausend zwei blumenteppiche äh blumenteppiche wasserdichter stoff das hört sich so schwierig an hüfttaschen ich nehme mal die hüfttaschen wir dürfen ja immer nur einen auftrag pro tag machen das ist ja ein bisschen doof hüfttaschen hüfttaschen hoffentlich können wir die jetzt gleich bauen wir haben ja in der zwischenzeit eine ganze Menge Material angesammelt das müsste hoffentlich dann ja klappen oder? so hier erstmal tching nein hier tching 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 hier das da okay dann brauchen wir fünfer buntholzbretter das reicht noch nicht ich brauche noch fünf noch sieben stunden mist und jetzt noch die porzellanteller keine ahnung wofür die sind so wie war das z drücken oder? ich würde gerne mit der kamera so so Foto machen das ist gut geworden oder? wir müssen jetzt immer fotografieren wenn das hier drauf steht speichern sehr schön das gefällt mir sehr gut gut wir nehmen sie mal mit und ja schon ein bisschen lustig oder? jetzt hoffe ich dass er da ist nein er ist nicht da wo ist er? einsamer Roboter wo bist du? da ist er meine geliebte Lara sie sieht exakt aus wie sie oh weh nein wir müssen sie sie müssen das zurücknehmen ich kann mich ihrer Pracht nicht lange aussetzen sonst brennen meine Augen schaltkreise durch wollen sie sie nicht? können sie irgendwo im Garten platzieren? ich werde jeden Tag vorbeischauen und den Blick riskieren aber nur einen Blick im Garten? wo? bei mir? bei mir im Garten oder was? ja wir gehen kurz ins Research Zentrum und schauen mal dass wir da auch der Arme hat seine geliebte verloren Z Z Z Z Z Z Z Z das speichern wir und wie der ein Foto macht mit Merlin hey Merlin bleib mal stehen bleib mal stehen bleib mal stehen ach man die läuft weg wie kann man die denn dazu bringen dass man mit denen ein Foto machen kann ah Gruppenfoto zum Glück gibt es die Auswahl nein jetzt tut sich Petra da reinschmuggeln aber hier ist kein Häkchen nein da hat sie sich gerade weggedreht ja das ist gut ja das ist gut hat das gezählt? nee ich ziele doch auf die die mit Petra erstmal mit Petra also die Merlin macht mir eigentlich immer Schwierigkeiten es geht auch wieder nicht achso warte mal vielleicht so äh Forschung, Unterhaltung, Gruppenfoto nein Gruppenfoto wollte ich doch gar nicht Mist ich glaube ich muss nur ein Foto von ihr machen nee wir hatten aber das letzte Mal auch ein Foto Entschuldigung aber das können wir doch nicht machen wenn sie sich jetzt umdreht müssen wir dreh dich mal bitte um dreh dich bitte um Petra so ich hoffe dass es gezählt hat nein es hat nicht gezählt Mann ey wieso kannst du denn nicht einfach sagen ich will ein Foto mit dir machen na komm für den Auftrag machen wir es einfach so das ist echt ne das ist echt doof dass das so gemacht ist und bis man zielen kann ist es man bleibt bleibt doch mal stehen bleibt mal ey ich krieg die Krise was für ein was für ein blöder Auftrag dreh dich um ja also das haben sie sich jetzt selbst zu ver... das haben sie jetzt selbst sich zu verdingsen verdingsen so und die Recovering Machine sind jetzt keine schönen Fotos das sind keine schönen Fotos das sind keine schönen Fotos 18 uhr 18 uhr wieso ist es schon 18 uhr ja weil ich so lange fotografiert habe sie ist in der Oberstadt ok wir müssen schnell in die Oberstadt gehen die geht glaube ich gerade nach hause los und geh mal weg ich glaube die läuft hier unten entlang ah Mist wo ist sie da nein interagieren ach ja sehr schön gut wir müssen dann noch Verbundholz bretter machen habe ich noch mehr Missionen Missionen Handelsauftrag Hüfttaschen genau und wir sollen Lara im Garten aufstellen ich hoffe das ist der richtige Garten ist Hüfttaschen so hier das hier Hüfttaschen Hüfttaschen Hüfttasche 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 hier Handelsauftrag das ist ja hier gleich oh wir müssen Qualitätsleder machen zwei Stück und Schlangenhaut brauchen wir sechs Stück nein Schlangenhaut sechs Stück Qualitätsleder zweimal Qualitätsleder ja stellen wir zehn Stück her und hier drüben äh das können wir hier nochmal herstellen was uns vielleicht hier wassertichter Stoff zwei Stück Dankeschön ähm was ist hier drin vier es fehlt uns noch eins wir müssen noch dringend noch gucken dass wir vielleicht haben wir noch Zeit irgendwie in der Wüste was zu unternehmen Schlangenhäute zu besorgen und so was ist das dass die Tüfte ich glaube wir müssen hier hin gefährliche Höhle oder oder da äh ich meine hier ich geh mal hier hin und wir laufen auf das Ding zu und versuchen alle Schlangen zu kriegen die wir sehen so mit der vier so mit der vier einmal Schlangenfleisch ich mach doch Schlangenhaut Fleisch und Gift das ist irgendwas mit Schnecken Muschel und Sand ok ne ich brauch Schlangen da ist ne Schlange Schlangenhaut da haben wir eine Schlangenhaut sechsmal Schlangenhaut Schlangenhaut Schlangenfleisch nein das ist keine Schlange ey warum sind die Schlangen so selten hier ich bin in der Wüste da hinten hüpft was Muscheln ich bin mir nicht sicher ob wir Muscheln brauchen das dauert ja auch ne Zeit lang äh kein kein äh keine Haut Schlangenhaut zwei 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 was ist das für ne Pflanze Chilli Pfeffer hier gibt's Chilli Pfeffer War das nicht das, was wir so ganz aufwendig nur kaufen konnten? Da ist eine Schlange. Da hinten sind noch zwei. Oben hüpft noch eine. So, drei. Ah, Mann. Das ist ja voll aufwendig. Vier. Oh, zur Welt weg. Ah, kann... Schlange... Also vier haben wir jetzt. Kann es sein, dass ich nicht rennen darf, dass ich Ausdauer brauche zum Schlagen? Das ist natürlich beim Kämpfen durchaus möglich, dass es so ist. Da ist eine Schlange. So, volle Energie und mal gucken. Das geht viel besser. Fünf. Los, wo sind da noch so Dinger? Ich brauche Schlangen. Da vorne hüpft was? Oh, fünf. Wir brauchen noch einmal... Wir müssen ja in der Stunde ganz schnell noch schaffen, eine Schlangen-Dings-Boot zu bekommen. Ich habe keinen Bock nochmal hierher zu fahren. Extra wegen einer Schlangenhaut. Eine Schlangenhaut. Wir brauchen eine Schlangenhaut. Eine halbe Stunde habe ich noch Zeit. Los, Schlange. Schlange. Los, Schlange. Schlange, 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 Schlange. Los. Los, Los. Ja, Schlange, 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 Schlange. Schlange, Schlange. Jetzt können wir eigentlich machen, was wir wollen. Ich könnte hier das noch mitnehmen. Falsches Ding. Und tut mir leid. Du solltest spät... Ja. Gut, das war es mit dieser Folge. Macht es gut. Tschüss. Der nächste Tag hat schon angefangen. Aber wir wissen es ja, der Tag endet immer mit dem Schlafen gehen. Macht's gut. Tschüss. Hier ein Blick auf zwei von vielen Serien auf meinem Kanal. Schaut doch auch da mal vorbei und vergesst auch nicht zu subscriben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.